Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Ja, schon. Und diesmal mit Irmty Side an Red Skyline Ich glaube, wir wissen alles auf dem Basen Wäre cool, wenn hier noch so ein großer Glockenturm wäre Können wir nochmal auf Nummer sicher gehen Oh, ich hab so ein Pferd weich müssen Nun keine Energie mehr, wunderbar Bin da Man merkt, wie sehr man sich Mühe gibt, wenn man unsterblich ist Na, danke Oder ist es Blutlinie, es ist auch egal Die fünf Level noch Ähm, Blutlinie Was hat das? Wir können nur nochmal gucken, welche Creme wir noch nicht erwischt haben Nicht unsterblich, ne? So zur Info Achso Warum? Genau, warum? Warum? Guck mal, ich hab unsere Karten nicht Nein, geh weg Lauf, laufen Sie Oh mein Gott, wir werden echt sterben Ich bin mit Verrückten unterwegs So, wo ist denn überhaupt da? Na, der Boss ist echt hier, ne? Also brauchst du noch einmal Ja, gut So, rein, schnell kalt machen wir doch raus Ja, Ausgänge gibt's genügend So, komm runter hier Ich setze jetzt raus Milen, ne? Der hat mich angespuckt So frech Oder halt, der hat mich angespuckt Je nachdem Oh Gott Fast tot Das ist bestimmt doch der Verrückte Jetzt bleibt doch mal stehen, Mensch Das ist noch weiß Was ist die Köder, Bruder? ist ja gar nicht richtig was kommt kommt da kommt was ja naja ich sehe ich bin drinnen und drinnen halt ich mache an der stelle wo ich gerade eben erzählt habe wieder fallen rein ich bin drinnen und drinnen und drinnen und drinnen ich bin drinnen und drinnen und drinnen das ist eine kasse ich bin drinnen und drinnen und drinnen und drinnen und drinnen da machen die einen krach ja bleibt doch mal stehen da muss ich noch selber aufpassen dass ich nicht auf meine fallen laufe das sind auch nicht meine hast du hier fallen? ja auch draußen da weiß wo du bist nö aber der Oh Gott. Ich wollte noch einen Kürbis holen. Ja, das ist richtig. Kommt hier mit der Schrotze an ey. Scheiße. Gerade aufgehört zu heilen. Naja. Jetzt will ich sehen, ob sie unten noch durch meine Fallen laufen. Scheiße ey. Jetzt geht es doch mal runter. Jetzt kämpft er mich ab. Okay, klappt es nicht. Ich glaube es nicht. Kriegt er das mit Sohn oder? Mhm. Oh. Jetzt kriegen wir noch Besuch. Das ist die Wahrscheinlichkeit ja gar nicht so gering, dass ich noch jemanden kille. Ja, da sind auch diese scheiß Heilungsbolzen dabei. Bis denne. Jo. Bis dann. Ciao. Er läuft gar noch länger. Nein, irgendwie nicht. Die Frage, ob jetzt von draußen einer reinläuft. Sieht ja so aus. Nicht da reinwerfen. Lauf los. Einen hab ich noch. Ah, ist das befriedigend. Bekommst du den Kühl? Oh, noch einen. Ich hab vier Fallen hingelegt. Ich hab zwei getötet. Oh, da ist jetzt ein Massaker. Schön. All right. Ich habe zwei. Das wird Nacht. Dann muss ich einen movieschelten. All right. Ich habe zwei. Oh, da ist es. Ich habe eine große Versailles. Zwei. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018